Hallo und herzlich willkommen. Rappu hat sich im chinesischen Heimatmarkt schon gut etablieren können. Bei uns sind sie bisher vor allem mit einigen ganz raffinierten HTPC-Tastaturen aufgefallen. Jetzt auch der Angriff auf das Gaming-Segment und zwar in Form des Vipro-Labels und ganz konkret jetzt hier in Form der ersten Gaming-Maus von Rappu, der V900. Eine Laser-Maus mit durchaus einer umfangreichen Ausstattungsliste. Was diese Maus alles bietet, das sehen wir uns jetzt im Video an. Wie sieht es mit dem Zubehör aus? Das ist überschaubar. Wir haben hier eine mehrsprachige Schnellstartanleitung und wir haben hier diesen optischen Datenträger mit Treiber und Software. Gibt es aber auch alles natürlich zum Download im Netz. Die eigentliche Maus wird per USB-Kabel angebunden. Ein schön gesleeftes Kabel. Was mir hier auch sehr gefällt, ist dieser Klettverschluss, der hier fest dran sitzt. Damit können wir es dann einfach wieder zusammenbringen und erleichtern uns den Transport. Dazu gibt es dann hier natürlich einen USB-Anschluss vergoldet, auch nur mit Schutzkabel drauf. Und wir haben natürlich hier dann die eigentliche Maus. Für eine dedizierte Gamer-Maus ist das doch ein recht dezent auftretendes Eingabegerät. Und in gedeckten Farben, in schwarz-grau-Silber haben wir hier. Vor allem diese silberne Zierstreifen wertet das dann auch nochmal schön auf. Es gibt die Maus schon seit einiger Zeit auf dem asiatischen Markt. Dort hat man noch einen harten Kunststoff eingesetzt. Für den europäischen Markt wurde das Ganze nochmal angepasst, sodass wir jetzt hier eine weichere Soft-Touch-Beschichtung haben. Durchaus ganz angenehm. Was mir persönlich nicht ganz so gefällt, das sind hier diese Glossy-Elemente an der Seite, die natürlich jede Menge Fingerabdrücke anziehen. Angenehmer da schon hier die gummierte Partie, die hier den Daumen und natürlich auch auf der anderen Seite dann die anderen Finger gut sitzen lässt. Tastenseitig haben wir hier zwei Daumtasten. Die Main-Switches übrigens von OMRON und wir haben hier im Deckelbereich auch noch einen DPI-Switch, der jetzt bei unserem Test-Sample manchmal klemmt. Also er löst leider nicht immer aus. Als weitere Taste dann hier unten noch eine kleine Taste zum Profilwechsel. Wo wir hier bei der Unterseite sind, Herz dieser Maus, ist ein Lasersensor mit immerhin 8200 dpi, also einer sehr zeitgemäßen Auflösung. Und drumherum sehen wir natürlich jetzt auch noch hier schön die Gleitflächen. Ich werde die Maus mal kurz anschließen, damit wir auch das Beleuchtungssystem im Einsatz sehen. Es gibt dazu also eine Software, die recht umfangreiche Einstellungen zulässt. Zum einen eben die der Beleuchtungsfarbe. Beleuchtungssystem, das deckt hier das Scrollrad ab, das deckt aber auch hier die Seitenpartien ab und ist ein RGB-Beleuchtungssystem. Das heißt, wir haben hier über 16 Millionen Farben zur Auswahl. Wir haben auch verschiedene Beleuchtungseffekte, zum Beispiel auch in Abhängigkeit von der Mausaktivität. Was wir über die Software noch einstellen können, das sind die Profile. Insgesamt fünf Stück, die werden dann anschließend in der Maus gespeichert und können eben über die Profiltaste an der Unterseite durchgewechselt werden. Ja, angeboten wird dieses Eingabegerät, diese Gamer-Maus, aktuell für 59 Euro. Das ist jetzt angesichts der Ausstattung ein doch durchaus angemessener Preis. Wir werden jetzt die V900 nochmal dem Spiele-Praxistest unterziehen und dann bald auch einen Testbericht dazu auf hardwarelux.de veröffentlichen. Das ist jetzt natürlich doch angemessener Preis. ů